Sie sind mit dem Unternehmen Weltteam hier auf der Messe MyJob OWL 2011 vertreten. Was genau macht Ihr Unternehmen? Unser Unternehmen ist die Weltteam-Gruppe, ein familiengeführtes Unternehmen und stellt in erster Linie erstmal Wellpappe her und verarbeitet diese dann weiter in Kartonagen, Kartons, einfache Verpackungen bis hin zu höherwertigen Verpackungen wie Displays, Aufsteller, Verkaufsaufsteller. Und welche Berufe bieten Sie an hier auf der Messe? Wir bieten die Ausbildungsberufe Packmitteltechnologen an. Das ist eine Ausbildung, die im Unternehmen, in der Produktion ist. Und wir bieten Industriekaufleute an. Und wie zufrieden sind Sie bisher mit der Resonanz hier auf der Messe? Zum einen sind wir sehr zufrieden, weil wir Interessenten haben, junge Leute, die speziell nachfragen. Zum anderen haben wir aber auch junge Leute, die im Alter von 14, 15 Jahren, die einfach nur kommen, um die Gif-A-Ways abzugreifen. Ja, vielen Dank für das Interview, Frau König. Dankeschön.